Mit dem Zug bis nach Andalusien, was haben wir uns dabei gedacht? Erst das Stopp Paris, dann folgt Malaga und der dritte Stopp Ronda. Hier beginnt auch unsere Weidmänner. Die Stadt ist unglaublich schön. Wir stärken uns nochmal am Abend und dann kann es endlich losgehen. Heute ist die erste Etappe. Von Ronda geht es nach Mont-de-Jacques. Die Natur hier ist atemberaubend schön, so ganz anders, wie wir es von zu Hause kennen. Es ist richtig heiß, wir müssen sehr viel trinken. Sie machen das nur im Sommer hier. Und nach zwölf Kilometern sehen wir auch schon das kleine weiße Zuckersüße Dörfchen. Wir freuen uns riesig anzukommen. Dann wird auch schon Freudentanz vorgeführt, eingecheckt, gepusht, gegessen und wir kriegen es mit uns gut.